so leute herzlich willkommen zum wohl krankesten event das ist 2023 mal wieder gibt und zwar zur german stunt weg ich habe jetzt hier gerade ausgeladen meine schwinde 450 übrigens das erste mal jetzt zu sehen mit dem krümmer was richtig richtig geil aussieht der stück hier kommt noch fmf ist auch drauf der schreit wie verrückt perfekt den hören wir aber da noch wir machen uns jetzt mal auf den weg und stürmen uns in die meute die kupplung sieht auch schon richtig geil aus wenn die sich hier dreht da muss man sich echt immer noch dran gewöhnen richtig geiler look die ganzen jungs eskalieren hier schon wie man sieht alle fahren hier rum hier schon die hölle los da vorne ist der suchtspot da kann man sich ja da kann man seine sucht auf jeden fall befriedigen und am handy rumdrücken heute abend ist bestimmt wieder geil ich freue mich schon schauen wir mal was so geht hier yeah unterhaltet ihr euch grad ich habe gerade überlegt ob wir ein bisschen sonst darf ich nicht halt wieder so üben aber jetzt hätte ich jetzt auch noch weniger ja ja hello mr ropas how are you? good you? Wie war deine Woche in der Schweiz? Es war unglaublich, aber wir waren viel besser. Warum? Wohin? Oh Gott. Geiler Typ. Wie kann man sich denn so schnell auf die Fresse legen? Ja Junge, was soll ich sagen, ne? Wie ist denn das jetzt geschafft hier, oder was? Oh Gott, der Acker ist ja komplett eingedrückt da. Oh Mann, der ist ja voll im Arsch. Powerful. Hä? Powerful. Porto. Powerful. WP. WP. Ich finde es wichtig, dass du schon Klopapier da hast. Falls du weinen musst oder so. Junge, du bist schon wieder komplett im Goon Ride Modus. Schau dich mal an. Danke schön in der Weste. Wir schauen uns lieber noch mal Sip an, wie er Wheelies versucht. Achtung. Wir schleichen uns an. Er hat mich noch nicht gesehen. Schau dich an. Wie er immer übt. Süß. Der alte Mann, der kann so keine Wheelies, aber er sieht gut aus. Er sieht einfach gut aus dabei. Oha. Oha. Ich finde es auch süß, wie er immer so macht. Er tanzt immer ein wenig. Wie läuft die Diät? So gut wie der blauer Haken. Geiler Typ. Geiler Typ. Ey, geile KTM. Hast du noch ein wenig Shampoo im Gesicht? Das rickst du. Oh yeah, Danny. Was geht so an euer Leben? Hast du noch Schaumhaare im Mund oder was? Von mir selber. Geil. Wir waren gerade was essen. Jetzt haben wir uns zwei Flaschen Wodka gekauft. Geil. Geile Typen. Gestern und vorgestern auch schon so gemacht. Ja, dachte ich mir. Oh, ich nehme eins. Schmeckt das krass? Geil so. Als Kind eigentlich nicht sauer in Erinnerung. Bin ich offen und early. Aber vielleicht ist es noch mal... Offen und early. Geiler Typ. Geil. 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 Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Ich bring's dir gleich wieder, okay? So, wen schießen wir jetzt ab? Eigentlich wollte ich den Sips suchen, aber den find ich jetzt glaube ich nicht. AAAAAAAA. Junge, was ist denn das? Ist einfach nur deine Federung im Arsch oder was? Ja. Oh Gott. Komplette Marsch. Ich war vor zwei Betriebsstunden im Service. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich stelle mal ein gescheites Mobil jetzt davor. Darf ich jetzt mal fahren? Ja. Hier wärmen sich auf jeden Fall schon die Profis auf. Die sind schon am Start. Junge, der macht einfach da Nohinder. Junge. Alles klar. Only 4 Pros. Das bin ich doch. Ich darf mir den reinziehen. Junge, was geht denn mit dem ab? Ja, ja, haha. Junge, einfach mit einer fucking Chopper. Oha. Oha. Was zur Hölle passiert hier? Ja, gib mir die Show. Geiler Typ. So, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Einfach mal rumfahren. Ich bin gerade schon ein, zwei Motorräderprobe gefahren. Das war sehr cool. Ich hab mich dabei der beim Kummer verbrannt hier. Oh Mann. Junge, das war echt schön erwarten. Alter. Maschine. Kannst du auch mal anspannen? Oh. Siehst du, das ist brutal, oder? Ja. Also ältere Frauen stehen vorher auf Warten. Echt jetzt? So, haben wir wieder einen Flieger? Junge! Da landet ein Flieger! Lass uns hinterher! Junge, das sieht irgendwie so unruhig aus. Komm, Nico. Wir machen mal so einen Reedy hier zusammen nebeneinander. Komm her, Bruder. Komm nah. Komm her näher. Komm her. Ja. Geile Typen im Wheelie. Weil wir einfach so geile Typen sind. Wie fühlst du dich eigentlich so, dass du jetzt seit 8 Jahren in der Szene bist und viele Tricks noch nicht beherrscht wie andere? Das juckt mich echt überhaupt nicht. Krass, ne? Interessiert dich das? Nö. Aber Arme lang, weißt du? Oh, wie lange ist er bescheuert? Das sieht so bescheuert aus. Schau dir das mal. Siehst du das? Siehst du das? Das sieht so richtig. Nico, ich hab noch einen, weil ich Zeit für mich halten. Ganz weit da vorne ist auch so ein Klassiker, Digga. Oh ja. Dann komm ich nur mal an die Bremse gescheit. Ist egal, brauchst du die Bremse. Oh, Gott. Das ist ja auch so mir scheue. Junge, das sieht so toll aus. Ach so sieht es sich doch auch, oder nicht? Was ich auch wirklich ein Klassiker finde, ne? Wenn man mal so diese Mädelszene anguckt, wie sie Motorrad fährt auf Instagram. Ist ja auch so... Warte. Da kommen dann solche Tricks zu Vorschein, wie... Stimmt, ja, ja. Auch schon gesehen. Ja. Oder? Oder? Der ist schon krass. Den hab ich jetzt noch nicht so gesehen. Der ist krass. Der ist krass. Der ist echt krass. Der ist scherbende Schwan. Kannst du dir bitte auch einmal machen? Der ist so random, Alter. Und fahr bitte so ein bisschen nach vorne. Oh, Gott. Der ist doch geil. Warte mal, das ist auch geil. Mit der Brust den Lenker berühren, okay? Der ist doch geiler, Digga. Der ist doch geiler, Digga. Warte mal, das ist auch geil. Mit der Brust den Lenker berühren, okay? Der ist doch geiler, Digga. Hier, Pumper jetzt. Hier, komm. David, jetzt du. Ja, ja. Warte? Ja, ein bisschen mehr. Aber nicht viel. Und jetzt der Max. Max, komm, flex jetzt mal ein bisschen. Oh, ja. Keinem Ausdruck. Keinem Ausdruck. Keinem Ausdruck. Tschö. Guter. Tschööööööööööööööööööööö. Hier ist jetzt, glaube ich, gerade Longest Coaster am Start. Also da kannst du, ich glaube, du musst einfach von hier an beschleunigen. Und dann musst du den langsten Coaster raushauen, den man raushauen kann. Glaubst du nicht mal wo hinfahren? Nee, ich fahre jetzt gerade hier. Das ist schwierig, sorry. Komm, ich nehme dich mit. Wo willst du hin? Zum Gattungswagen da hoch. Also, komm. Fahren sie mit. Schaffst du das? Festhalten, okay? Ja! 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 Da. Ja! 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 Komm ich in!